. Ich will mir alles einmal durchriechen. So bayerisch, also mein Akzent ist noch nicht ganz frei gemähte Wiesen. Und wieder nur mit Wasser und Wegerich verbunden. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich bin Allergiker. Ich habe Heuschnupfen. Sollte ich dann hier nicht ganz so lange stehen bleiben? Doch, Sie können hier bleiben. Das ist gesichert in dem Wegerich, abgebunden. Also für Allergiker, die haben überhaupt keine Probleme. Probieren Sie es einmal. Sie sagen mir, ich kann daran riechen ohne zu niesen. Ich nehme Sie beim Wort, ich probiere es aus. Im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich gestehen, warte ich sehr drauf, dass ich niese. Diesen Geruch kenne ich und danach kommt der Heuschnupfen. Aber es kribbelt nicht mal in der Nase. Wir haben einige Allergiker, die auch bei uns im Büroapartment in Zürich Probewohnen in Farbe machen und dann überhaupt gar keine Probleme haben mit der Heuwann und selber total überrascht sind, wie das funktioniert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.